... Potenzialpartner, Gewerkschaften und Unternehmensverbände, die Wissenschaft... ... dass sich unser Land nach dem russischen Überfall auf die Ukraine befindet, eng an Lösungen arbeiten. Hier im Oktober betrug die... Und deshalb kann mein Appell auch nur sein, dass man bei all den Entscheidungen, die man trifft, für politische Kundgebung, Meinungsbildung immer bedenkt, dass es nicht zur Gefährdung anderer beiträgt. Und wenn das hier der Fall ist, ist das sehr bedauerlich und sehr bedrückend. Ich glaube, dass wir kritische Haltung, kritischen Protest akzeptieren müssen. Dass die Klebeaktionen jetzt nicht auf sehr weitreichenden Beifall gestoßen sind, ist auch offensichtlich, meinen auch nicht. Und das Gleiche gilt übrigens auch im Hinblick auf die Kunstwerke, die beschädigt worden sind. Und ich bin sehr bedrückt darüber, was da passiert. Ich glaube, dass es andere Wege gibt, in denen man seine Meinung auch ausdrücken kann. Und vielleicht könnte ein bisschen Kreativität nutzen.